Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder ein bisschen Dampf abzulassen und zwar habe ich bei mehreren Fahrschulen angerufen, weil ich mich jetzt wirklich für meinen Lappen anmelden wollte. Ja, also B196 wollte ich mich anmelden. Es ist jetzt auch wärmer und so und dann kann man das halt auch machen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die Fahrschule, die eine bei der ersten Fahrschule, die ich angerufen habe, hat mir gesagt, ja klar, kein Problem, Sie können sich anmelden, das können Sie auch online machen, wir schicken dann alle Unterlagen zu und so weiter und so fort. Ich so, ja cool. Dann habe ich gefragt, wie läuft das dann alles dann so ab jetzt mit den ganzen Maßnahmen und so weiter, ist ja alles ein bisschen schwierig. Dann haben die gesagt, ja Theorie online machen wir, das ist kein Thema und dann habe ich so halt gefragt, ja wie ist das denn mit Fahrstunden? Fahrstunden gehen nicht. Man kann keine Fahrstunden machen. Angeblich soll das erst wieder Mitte März gehen, sprich in zwei Wochen, wenn die ganze Angelegenheit nicht verlängert wird. Und ganz ehrlich, es wird verlängert und danach wird es wieder verlängert und danach wird es nochmal verlängert und das geht 100 Jahre so weiter. Meine Meinung. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mich erstmal nicht anzumelden, weil ich habe keine Lust auf diesen ganzen Kram, Heckmeck. Das muss nicht sein, weil ich glaube, das ist auch so, wenn man sich anmeldet, dann hat man auch nicht ewig Zeit, um die Prüfung zu machen. Ich glaube, ein Jahr auf ein Jahr ist das begrenzt. Tut mir leid, ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, aber ich glaube, nach der Anmeldung hat man ein Jahr Zeit oder nach der Theorieprüfung hat man ein Jahr Zeit. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich da jetzt auch kein Risiko eingehen, weil ich möchte nicht 100 Jahre damit rumeiern und absitzen. Ich möchte das zack, zack, zack. Am besten in einem Monat maximal abschließen. Also ich rede jetzt vom Motorradführerschein. Es ist halt extrem nervig, weil gerade beim Motorrad oder bei B196 habe ich mir jetzt gedacht, ja, das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Man hat ja überhaupt gar keinen Kontakt. Man sitzt auf dem Roller oder auf dem Motorrad und nicht im Auto zu zweit. Wo ist bitteschön das Problem? Es dürfen nur die Leute einen Führerschein machen, die das für den Job brauchen. Aber den B196, den brauche ich ja nicht für meinen Job und deswegen kann ich das erstmal vergessen. Das ist echt traurig, sehr, sehr schade. Ich denke mal, dass ich das, ja, sobald es dann halt, das Ding ist halt, wenn die Fahrschulen wieder normal aufhaben, dann muss ich mich beeilen. Dann habe ich nur zwei, drei Wochen Zeit, weil ich vermute mal, dass wenn sie aufhaben, kurze Zeit später wieder zumachen, weil die Zahlen wieder oben sind. Also ich warte jetzt ab, bis die aufmachen, da melde ich mich an und dann sage ich, ich möchte so schnell wie möglich fertig werden, weil es kann jederzeit sein, dass wieder alles dicht gemacht wird. Ich würde das schon gerne dieses Jahr noch machen, ganz ehrlich gesagt. Ich hoffe, es klappt. Ich wollte einfach nur mal so meinen Senf dazu geben. Ich hätte es echt letztes Jahr machen sollen, ganz ehrlich. Tja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das habe ich jetzt davon. Naja, das wird es gewesen sein. Kleines, kurzes Update. Wenn sich was Neues ergibt, dann werde ich mich diesbezüglich natürlich melden. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.